Der Boden ist wirklich sehr matschig. Ich bin gespannt, wer damit am besten zurechtkommt. Hier sind die vier Starter über die 1000 Meter. Marietta, das ist das weiße Pferd, das versucht an die Spitze zu kommen gegen Cassiopeia. Cassiopeia ist das brauche Pferd und das ist nicht gerade ein Angstgegner. Hat immer so ein bisschen Übergewicht, landete aber oft auf Platz 2. Marietta wurde sehr akribisch auf dieses Fandeln trainiert. Dann haben wir die Tico dabei, das ist das braune Pferd. Das ist ein talentierter Engst und ein sehr stolzes Pferd. Und wir haben weniger für euch dabei. Das ist ein Talent für kurze Strecken, das ist das schwarze Pferd und die vier liegen dicht beieinander. Das haben wir selten, das ist so eng ist. Aber jetzt scheint es so, als ob Marietta außen einen Vorsprung sicher rauskämpft. Und Marietta setzt sich ab und Marietta wird dieses Rennen hier gewinnen. Da lege ich mich fest, das sind anderthalb, das sind zwei Längen. Das muss reichen für Marietta, auch wenn es am Ende knapper ist, als ich gedacht habe. Marietta gewinnt über die 1000 Meter. Sie haben das gesehen, liebe Zuschauer, ein knappes Rennen. Aber zu guter Letzt siegt der Marietta und somit geht es 250 Euro zu Ihnen, Marco. Ja, ich glaube, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch und spiel Spaß damit. 250 Euro, das ist doch was, oder? Wollen Sie auch mit mir spielen und vielleicht sogar noch viel, viel mehr geben? Vielleicht sogar 25.000 Euro? Dann melden Sie sich schnell an auf Yellowstar. Ich bis gleich.